So, ich ziehe eine Karte. Wollen wir mal sehen, was das ist. Aha, es geht nach Völklingen. Achten Sie auf die Plus-Summe. Wunderbar, ich habe ein Freizeichen. Hoffentlich ist jemand zu Hause. Sie sitzen bestimmt vorm Fernseher und müssen jetzt erst zum Telefon laufen, deswegen. Hallo, hallo nach Völklingen. Zweimal lasse ich noch klingeln. Eins. Wenn jetzt keiner dran geht. Na, dann ist niemand zu Hause. Haben wir denn noch Zeit für ein zweites Spielchen? Alles klar. Stecke ich die Karte wieder rein und suche eine neue. Aha, da steht sogar ganz groß drauf, welche Nummer das werden soll. Aha, jetzt habe ich hier keine Vorwahl. Das wird dann wohl Luxemburg sein, schätze ich. Probieren wir das mal. Wenn ich hier gar kein Zeichen bekomme, weiß ich, dass es nicht Luxemburg war. Ah, ich bekomme ein Freizeichen. Hallo an den Angelsberg. Hallo. Hallo, hier ist RTL Plus aus Luxemburg. Ah, guten Abend. Spreche ich mit Sale Albert? Nein, ich gebe Ihnen. Das ist meine Mom. Einen Moment. Ja, danke. Ja. Hallo. Warten wir mal. Hallo, spreche ich mit Sale Albert? Ja. Hier ist die Susanne von RTL Plus. Haben Sie gerade unser Programm geschaut? Ja. Können Sie mir denn die Plus-Summe nennen? 21,37. Wunderbar, wunderbar. Jetzt will ich aber 3200 Mark verspielen. Hier steht ganz groß drauf, Tee, Tee, Tee. Machen wir das gleich mal. Probieren wir mal. Play. Mal sehen, was da passiert. Das freut mich. Ich habe es geschafft, ich habe es geschafft. Und Sie natürlich auch. Das finde ich ganz toll. Danke. Also, das Tee bringt viel Glück. Wunderbar. Gut, dann bleiben Sie uns doch noch ein bisschen treu. Heute Abend haben wir nämlich noch einen Spielfilm im Programm. Sartana kommt. Das dürfte interessant werden. Danke. Ja, alles klar. Bis dann. Wiederhören. Ja. Auf Wiedersehen. Ciao.